Hallo, wir sind hier im Wunderland Kalkar und wir freuen uns alle schon umwendig auf die große Sonne-Gala von Sonnenklar.TV. Ihr könnt schon mal sehen, hier geht's heute Abend rein. Ich bin übrigens die stolze Gewinnerin von TV-Direct und freue mich sehr dabei zu sein. Und ich habe gerade entdeckt, da vorne ist der rote Teddy. Schauen wir mal, wer sich da alles so rumfasst. Hallo liebe TV-Direkt-Hauser, ich grüße euch ganz lieb, eure Mika. Das ist die große, große Bühne, auf der heute alles stattfinden wird. Und wegen der Mika. Das ist einiger chlorp cuts.